Wir haben den Befehl von Allah der Informationsüberbringung. Das heißt, wir müssen, am Anfang haben wir gesagt, den Islam erst leben und kennen, dann die Menschen darüber informieren. Dann haben wir die Aufgabe, geduldig zu sein, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Im islamischen Wortschatz gibt es das Wort aufgeben nicht. Dann entscheiden, haben wir als Muslime einen sehr wichtigen Teil unseres Lebens, sind unsere Eltern beispielsweise. Die Eltern sind heilig eines Muslims. In vielen Kulturen heute ist es leider nicht mehr so. Die Eltern werden gar nicht mehr geachtet, die werden irgendwann ins Altersheim abgeschoben. Das gibt es bei uns, inshallah nicht. Es sei denn, der Vater oder die Mutter ist so sehr krank, dass du die alleine zu Hause nicht mehr pflegen kannst. Da kann man nichts machen, das ist was anderes. Aber Eltern sind heilig. Es gibt Menschen, die ihre Eltern versuchen zu erziehen, weil sie den Islam nicht so leben wie sie selbst. Das geht nicht. Du bist das Kind, nicht die. Du kannst, wenn du bei deinen Eltern was Falsches siehst, sagen, Baba, Anne, Vater, Mutter, das ist nicht in Ordnung. Und dann nichts mehr. Du hast nicht die Aufgabe, deine Eltern zu erziehen. Du musst erst mal dich selbst erziehen. Aleikum en fusakum. Gell? Erst für euch selbst. Das bedeutet nicht, wenn ihr jetzt sagt, du, ja, wir sind selber noch nicht erzogen. Wie sollen wir den Menschen? Nein. Ihr müsst euch selber erziehen. Gleichzeitig den Menschen ihre Umgebung über den Islam aufklären. Das ist unglaublich wichtig. Da kommen wir wieder zum Dschihad. Der Dschihad bedeutet eigentlich nicht töten und dass das alles Schwachsinn. Das hat nichts mit dem Koran zu tun. Dschihad bedeutet die Anstrengung eines Einzelnen für Allah. In der Gemeinschaft oder selbst. Heutzutage, das Beten fünfmal am Tag ist einer der größten Dschihads, die es gibt. Weil es viele nicht tun. Viele achten. Schweinefleisch ist kein Mostem. Okay, aber Alkohol wird getrunken. Drogen werden genommen. Die meisten Deutschrapper sind muslimischer Herkunft. Aber es sind keine, tut mir leid, wenn die jetzt böse auf mich sind. Aber so wie die sich zeigen, das ist nicht vorbildhaft. Denn wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann bist du automatisch im Vorbild. Aber wenn ein Boxkampf ist, bei irgendwo, dann Allahu Akbar wird rumgeschrien. Allahu Akbar bedeutet, Allah ist groß, Allah ist der Allmächtige. Ich mache alles, was er sagt, bedeutet das. Und dann hinterher Shampoos aufmachen, weil man den Kampf gewonnen hat. Das geht nicht. Da kommen wir wieder zu Problemen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, du benutzt Allah, damit er dir kurz Kraft gibt, damit du deinen Gegner besiegen kannst. Was aber nicht sein wird. Du denkst, dass es so ist, aber so ist es nicht. Und dann wendest du dich wieder ab von Allah. Wir haben, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, hat er automatisch eine Vorbildfunktion. Ob er sie will oder nicht. Und du als Muslime, wenn irgendeine Person vom Islam abkommt und sagt, Fui, was für eine Religion, wegen der Art und Weise, wie du dich benimmst, dann ist es deine Schuld. Dann wirst du dafür Rechenschaft abgeben. Wenn aber jemand dem Islam näher kommt, durch deine Art und Weise, durch deinen Charakter, durch deine Art und Weise, wie du mit den Menschen umgehst, wie du die Menschen behandelst, dann ist das auch zu deinem Vorteil. Versteht ihr, was ich meine? Wir als Muslime haben sehr viele Aufgaben, die wir auf dieser Erde, Welt übernehmen müssen, von denen wir verantwortlich sind. Wie viel davon tun wir? Wenig. Nicht genug. Es ist niemals genug. Wir müssen an uns selbst arbeiten. Wir müssen den Islam studieren. Die Hadithen des Propheten studieren, was genauso wichtig ist für den Koran selbst. Weil die Hadithen, die Traditionen des Propheten, SAW, erklären den Koran. Ahl-Sünne wal-Jama'ah, die Ansichten des Propheten, Muhammad SAW, und die Ansichten seiner Sahaba, ist auch sehr wichtig. Abu Bekr-Siddiq, Radiyallahu anh, Hazretu Ömer al-Farouq, Radiyallahu anh, Uthman, Ali al-Murtaza, Radiyallahu anh. Diese Menschen, Abdurrahman ibn Auf, Musab bin Umair, ist gestorben in der Schlacht um Uhud. Versteht ihr, diese ganzen, diese Ansichten sind auch wichtig. Warum? Die haben mit dem Propheten zusammengelebt. Die kannten ihn. Die waren jeden Tag mit dem zusammen. Amen.